Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Track Nerds, dem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Ja, wie ihr es an der Musik schon gehört habt, geht es heute um nicht Discovery, nicht Picard, heute geht es um Diorville. Mein Name ist Chris und mit mir dabei nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Ja, ich habe es getan. Wie ein Aufsatz, den man für die Schule schreiben muss, wie ein Buch, das man für die Schule lesen muss und man es immer vor sich herschiebt, lag die DVD-Box von Diorville, die du mir geschenkt hast, neben meinem Fernseh. Nee, jetzt zwei, drei Monate rum und ich habe irgendwie alles andere geguckt und dann letztens habe ich mir gedacht, nee, jetzt komm, bevor du irgendwas machst, anderes machst, schiebst du dir jetzt mal die DVD rein von Diorville. Und heute wollen wir mal über die erste Staffel von Diorville sprechen, weil auf vielfachen Wunsch werden wir das jetzt heute mal tun, weil ich glaube, die Leute wollen einfach wissen, was wir dazu zu sagen haben. Ich meine, ich hatte es mir schon sehr lange, ich hatte es mir schon sehr, sehr lange vorgenommen, da überhaupt eine Folge drüber zu machen, eigentlich mal mit dem Sven, den ich am Anfang der Staffel, der ersten Staffel mal angeschrieben habe, dem Sven Fessing, aber irgendwie ist daraus nichts geworden und mittlerweile ist der ja genauso wie Star Trek Discovery schon zwei Jahre alt, diese Serie. Ja, ich habe die erste Staffel jetzt wirklich durchgebinged. Für mich ist es also ganz frisch. Ich bin jetzt gerade in der ProSieben-Mediathek dabei, die zweite Staffel jetzt aufzuholen. Ich habe noch eine Folge, dann bin ich auf dem aktuellen Stand, was jetzt hier die deutsche Ausstrahlung angeht. Aber heute wäre mal... Ja, Moment, das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Du schaust es auch dann entsprechend auf Deutsch? Ich habe es ehrlich gesagt... Mal wieder? Ja, ganz ehrlich, ich habe es auf Englisch angefangen, fand es eher so mäßig komisch, habe ich mir gedacht, dann kann ich es auch auf Deutsch angucken und ist auch nicht viel komischer geworden. Dann habe ich ab und zu bei bestimmten Stellen mal umgeswitcht und muss sagen, ja, gibt sich ehrlich gesagt nicht viel. Der Einzige, der wirklich ein bisschen anders ist, weil er so ein, ja, ich sage mal so ein sassy Stimmlage hat, ist der Jaffet oder Jaffet. Alles andere ist ehrlich gesagt no big difference, ganz ehrlich. Also keinen großen Unterschied. Gibt ein, zwei Sprachgags, okay, die werden dann im Deutschen nicht ganz so gut transportiert. Aber da weißt du, während er es auf Deutsch sagt schon, wie es im Englischen gemeint war. Und dann ist es am Ende halt doch Seth MacFarlane Humor. Und das ist halt der Grund, warum ich das so lange nicht eingeschaltet habe. Aber wir sind schon mittendrin. Aber eigentlich haben wir doch vielleicht auch den einen oder anderen, der heute einschaltet, wegen die Orwell und sonst noch gar nichts von uns gehört hat. Dann ist es ja besonders schön, dass ihr einschaltet, vor allem in den Track-Nerds. Denn wir sind Nerdizismus.de. Nein, wir sind nicht Nerdizismus.de, wir sind Nerdizismus. Und uns findet ihr auf Nerdizismus.de. Denn wir sind der deutschsprachige Nerd-Podcast für Filmeserien und Cosplay. Ja, und in dieser Reihe sprechen wir normalerweise über Star Trek. Jetzt heute mal über was anderes. Ansonsten findet ihr aber auf Nerdizismus.de auch alle anderen Sachen, über die wir reden. Sowohl Game of Thrones, jetzt nicht mehr so viel, Walking Dead und Co. Jetzt vor allen Dingen wieder frisch. Unseren Nerdplay-Podcasts und alles, was ihr da hören wollt, Nerdizismus.de. Dort findet ihr auch die Links zu iTunes, Spotify. Ihr könnt uns natürlich auch da direkt suchen. Oder zu unseren ganzen diversen Social-Media-Kanälen, wo ihr uns immer gerne schreiben könnt. Denn wir hören euer Feedback und lesen euer Feedback gerne. Aber wer es klassisch machen will, auch gerne an Info at Nerdizismus.de. Weißt du, was es gab heute in meinem App Store? Ein Update für Vero. Ich habe es dann installiert und tatsächlich mal reingeguckt. Es hat sich aber, seit ich das letzte Mal vor drei, vier, fünf Monaten oder so reingeguckt habe und ich glaube Anfang des Jahres habe ich glaube ich reingeguckt, hat sich auch nichts mehr getan. Da sind keine tausende von Followern hinzugekommen. Aber gut, sei es drum. Ja, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, ich habe die Orwell lange vor mir hergeschoben. Ich hätte es mir natürlich auch jederzeit besorgen können, entweder kaufen oder über russische Sicherheitskopien oder wie auch immer. Aber ich habe es lange vor mir hergeschoben, denn da stand ein Name in der Producer- und Schauspiel- und Regieliste, mit dem ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen kann. Also ich kenne ihn natürlich, aber es ist eigentlich ehrlich gesagt nicht meine Art von Film und nicht meine Art von Humor, nämlich Seth MacFarlane. Family Guy, das er ja produziert und ich glaube er spricht da auch, bin mir nicht ganz sicher. Ja, hat sich für mich schon lange abgenutzt, der Humor. War mal lustig, kann ich nicht mehr so drüber lachen, weil es irgendwie immer das Gleiche ist. Und die anderen Filme, die er so gemacht hat, ist für mich, ja, ich subsumiere das mal unter Pipikaka-Humor. Ja, ist, also ich sage mal, Seth Rogen ist noch schlimmer, ja, aber es war bisher. Boah, das ist schon, das ist, aber Seth Rogen und Seth MacFarlane sind ja schon ein paar Welten zwischen dem Humor. Ich finde sie beide schiss. Es ist beide, das ist nicht mein Humor. Aber die Seth Rogen-Dinger, wenn ich jetzt nicht gerade verwechsel, das ist doch der mit den Bad Neighbors zum Beispiel. Ja, aber der hat, der macht mittlerweile sehr gute Sachen. Nicht vor, nicht unbedingt vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera. Der produziert nämlich Preacher beispielsweise. Den Preacher finde ich ja super, aber sagen wir mal so Bad Neighbors und so geht gar nicht. Egal, heute haben wir es mit Seth MacFarlane. Auch nicht so mein Ding. Deswegen lange vor mir hergeschoben, aber irgendwann, nachdem uns jetzt wirklich zig E-Mails und bei Twitter und überall gefragt haben, jetzt mach mal die Orwell, mach doch mal im Sommerloch die Orwell. Jetzt habt ihr noch nichts zu tun, mach doch mal die Orwell. Okay, jetzt machen wir die Orwell. Here we are. Wir machen jetzt die Orwell. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt die erste Staffel geguckt. Gut, also die Geschichte von der Serie ist ja schon irgendwie interessant, beziehungsweise das, was da gleichzeitig rauskam. Es ist so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie damals, als hier Bugs Live und Ends rauskamen oder Armageddon und Deep Impact. So irgendwie, es kam eine neue Star Trek Serie und dann kommt plötzlich diese Serie raus, die von normalen Dingen, die Seth MacFarlane gemacht hat und doch schon abgewichen ist in der Art und Weise, wie sich es halt dann am Ende entwickelt hat. Also er hat das Skript für diese Serie ursprünglich nämlich nicht auf irgendeinen Auftrag gemacht. Also es war im Prinzip wirklich seine Initiative, dass er diese Serie machen wollte. Und er hat einfach ein Skript, ein sogenanntes Spec-Skript dafür eingereicht und hat dann mal versucht, ob das was werden kann. Passend zu dem Erfolg, was damals hier, damals war so Guardians of the Galaxy und Deadpool, gerade die großen Sachen. Und da dachte er, ja, passt schon ganz gut. Und für ihn jedenfalls, sagen das ein paar Interviews, ist das so Orwell, inspiriert durch Twilight Zone und Star Trek. Und das merkt man dieser Serie auch stark an. Also im Gegensatz zu den sonstigen Serien, so Family Guy und Co. Hat es ja schon einen teilweise schon ernsten Einschlag, was interessant ist. Ich meine, er hat sich mit Sci-Fi schon beschäftigt, schon in anderen Dingen, dadurch, dass Family Guy so viele Specials bekommen hat, die auch auf, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Star Trek Special gab, auf Star Wars Specials von Family Guy. Also er merkt schon, dass da eine Passion von ihm dahinter ist. Und das merkt man auch dieser ganzen Serie an. Und dementsprechend, ja, gleichzeitig mit Discovery rausgekommen und so ein bisschen auf den Zug darauf aufgesprungen. Und interessanterweise, werden wir sicherlich gleich nochmal drauf eingehen, für mich deutlich erfolgreicher beispielsweise als Discovery. Ja, ich weiß nicht, ob es erfolgreicher ist. Das ist ja schwierig bei einem A-Rein-Streaming-Ding, einer Streaming-Serie versus einer klassischen TV-Serie. Nee, also aus meiner, ich meine jetzt nicht erfolgreicher mit dem, die Zuschauer, die dazu gesehen haben, weil da war, glaube ich, The Orville längst nicht so erfolgreich wie Discovery. Ich meine, Discovery werden irgendwelche Zahlen rausgehauen und Netflix und CBS sagen, das ist unglaublich erfolgreich. Und Orville muss, glaube ich, so ein bisschen darum kämpfen, dass sie eine nächste Staffel bekommen haben, weil das eher unter ferner Lieven hing. Ich meine jetzt nur vom Konzept her, von dem, was die Serie sich vorgenommen hat, ist sie meiner Meinung nach durchaus einiges erfolgreicher als Star Trek Discovery. Ja, und wenn man sich bei Rotten Tomato den Score anguckt, dann hat man es auch schwarz auf weiß. Ja, es sind ganz interessante Rotten Tomato Scores, die wir hier haben. Also, wenn man die Staffel 1 mal miteinander vergleicht, Star Trek Discovery ist bei Rotten Tomatoes von den Kritikern her gar nicht mehr so schlecht abgeschnitten. Da hat es ein Certified Fresh, 82 Prozent hat das von den Kritikern und 52 Prozent aber im Audience Score, also deutlich weniger. Da hingegen, The Orville Season 1 hat bei den Kritikern nicht so gut abgeschnitten, 31 Prozent ist wirklich nicht so toll, aber im Audience Score unglaublich 94 Prozent. Es wundert mich nicht. Ja, ich habe eine kleine Theorie dazu, warum das so ist, also jetzt der Kritik-Score. Denn Star Trek Discovery, da kriegst du ja als Kritiker, wenn du bei so einer Zeitschung bist oder so, kriegst du vier, fünf Folgen zu sehen und dann schreibst du deine Kritik, wenn überhaupt, eher nur zwei oder drei. Kennen wir ja selber, kriegen wir ja auch ab und zu. Und natürlich packst du dann deine tollen Episoden nach vorne und ich sage mal, Star Trek Discovery hat ja auch gut angefangen, mal so grundsätzlich. Als man noch nicht wusste, wo es hinging, sah das toll aus, da kriegt das einen hohen Kritik-Store. Und The Orville, da könnte ich mir vorstellen, dass es vielen Kritikern so gegangen ist, wie mir am Anfang, nämlich ich brauchte drei, vier Folgen, um mich von diesem, das ist jetzt ein Fanfilm mit Budget, Gedanken frei zu machen. Und wenn du nur diese drei, vier Folgen hast als Kritiker und den Rest nicht kennst, dann glaube ich, macht es diesen Klick nicht, das ist ein Fanfilm mit viel Budget. Und dann, und die ersten Folgen sind jetzt auch, die sind okay, aber nur auch, weiß Gott, kein Knaller. Kann ich mir gut vorstellen, warum so ein Score zustande kommt und der Audience-Score so dramatisch dann davon abweicht. Kann sehr gut sein. Es wäre wirklich mal interessant, sich da anzuschauen, wie, was die bewerten, ob die immer nur die ersten Folgen bewerten, die Kritiker. Aber auch hier, wenn man es von den Zahlen her sieht, The Orville hat 52 Kritiker, 31 Prozent Bewertung von 100. Und Star Trek Discovery hat 67 Kritiker, 82 Prozent, aber Discovery hat 7.983 User-Ratings, ist bei 52 Prozent. Und Orville hat sogar mehr, hat 8.616 und ist trotzdem bei 94 Prozent. Und ich meine, Zahlen sind Schall und Rauch und letztendlich ist es auch wirklich ein persönlicher Geschmack von den Leuten und sicherlich auch eine etwas andere Zielgruppe, die hier jetzt am Ende angesprochen wird. Aber ich muss hier sagen, ich stimme mehr oder weniger aktuell eher dem Audience-Score als dem Kritiker-Score zu. Absolut. Es deckt sich wirklich auch mit meiner, ja, meinem Seherlebnis jetzt der ersten Staffel. Ja, was soll ich sagen? Ich habe die, ich habe gerade eben gesagt, man muss sich so ein bisschen frei machen von diesem Freischwimmen, von diesem überbudgetierten Fanfilm, was es am Anfang definitiv hat. Aber wenn das einmal so, wenn man das so ein bisschen akzeptiert hat und der zweite Gedanke so, ach schade, dass nicht Star Trek draufsteht, dann auch irgendwann verblasst. Ja. Dann muss ich ehrlich sagen, hatte ich jetzt mit der ersten Staffel durchaus meinen Spaß. Und natürlich ist es jetzt so offensichtlich, dass, ja, man muss es jetzt vergleichen mit Discovery und so weiter. Ich finde, man muss es nicht unbedingt vergleichen, aber man kann es vergleichen. Und zwar mit dem, wie man an eine Serie herangeht. Ich sage es dir ganz ehrlich, wäre das eine Star Trek-Serie gewesen? Ich habe jetzt dann, die erste Staffel hat acht Folgen, ne? Acht Folgen, glaube ich. Ne, dann ein bisschen legst du aber falsch. Die erste Staffel hat zwölf Folgen. Zwölf Folgen, okay, dann zwölf Folgen. Ja, gut. Die erste Staffel hat zwölf Folgen, die zweite bin ich jetzt bei der vierten Folge. Ich habe also jetzt 16 Folgen gesehen. Das ist ja noch nicht mal die erste Season TNG. Ja. Die hat ja 24 Folgen. Das stimmt. Und dafür sind die aber in Diorville, wenn man jetzt mal so als TNG-Vergleich nimmt, schon definitiv weiter, was Character Development etc. angeht. Wenn man es jetzt mit Discovery vergleicht, die Handlung lasse ich jetzt mal komplett außen vor, da können wir gleich nochmal eingehen. Dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich wusste nach drei Folgen, wer wer ist, wie die heißen, was die machen, was die gönnen und so weiter und so weiter. Die grundlegenden Charakterelemente aller Beteiligten waren schon mal festgelegt. Ich wusste, wer das ist. Würde da jetzt Star Trek draufstehen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Leute, lasst euch mal was Neues einfallen. Weil es dann am Ende des Tages doch einfach nur Beat für Beat ist. Und ich glaube, diese... Dann wäre es schon wieder in Richtung mehr Enterprise. Richtig. Und ich glaube ehrlich gesagt schon, dass diese Erzählweise, so TNG-mäßig erzählen, ist echt nicht mehr so zeitgemäß. Also das merke ich jetzt, wenn ich diese Folgen sehe, dass ich sagen muss, oh, dieses episodenhafte Erzählen mit so dem Planet of the Week, der Story of the Week und mit so einem ganz dünnen Faden. Das ergibt ja wirklich nur einen ganz dünnen Storyfaden, der sich über die Folgen... Das ist echt nicht mehr so zeitgemäß. Das heißt aber nicht, dass man halt es so machen muss, wie es Discovery gemacht hat, dass halt dann der Unsinn rauskommt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, würde da Star Trek draufstehen und wäre das Star Trek Discovery, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, komm Leute, lass ich bitte was Neues einfallen. Wir hatten mal Deep Space Nine, wir hatten die Staffeln drei und vier von Enterprise etc. Ihr wisst doch, wie das funktioniert. Weil natürlich viele, viele Folgen da sind, die zwar interessante Fragestellungen aufwerfen, aber am Ende des Tages doch nur eine Variante irgendeiner anderen TNG oder sonst irgendwas voll gesehen. Also ich habe noch nichts Neues gesehen. Da gebe ich dir, sagen wir mal, für den großen Teil der ersten Staffel absolut recht. Also die erste Staffel ist so ein bisschen ein Experiment. Und da ist es nicht verkehrt so zu sehen, so ein Experiment wie ein Fanfilm. Ich meine, diese ganzen Anleihen davon merkt man ja in jedem Charakter und in jeder Story, die da so ist. Ich meine, allein die Crew ist ja so eine 1 zu 1 Blindkopie von einer generischen, also wenn man jetzt das Beste aus allen Star Trek Serien nehmen würde, so ungefähr. Man hat den idealistischen Captain, man hat eine Nummer 1, die irgendwie ein bisschen Weisheit mit reinwerfen kann. Hier hat man noch den komischen Buddy-Charakter, der da noch mit drin ist. Aber der Klingone ist dabei, der alte grumpige Typ. Dann hat man das artifizielle Lebewesen dabei. Den Doktor, der in seiner Crew überhaupt nicht fehlen darf. Und Wissenschaftsoffizier, der auch hier Nummer 1 ist. Sicherheitsoffizier ist dabei, die irgendwie dann doch ihre eigenen Gedanken hat. Also es ist schon eine Blaupause aus allem anderen. Und auch die Storys sind Blaupause. Und ich meine, man muss ja, die Krill sind ja jetzt schon eine ganz klare Kopie der Klingonen. Und ja, von dem muss ich dir recht geben. Aber, erste Staffel, und wir reden ja eigentlich mittlerweile, äh, heute nur über die erste Staffel. Die erste Staffel ist ein interessantes Experiment, weil sie einen so zurückzieht in das, was mal war. Und das, was Star Trek mal war. Aber vielleicht mit einem etwas moderneren Spin und aktuellere Themen wie damals aufgegriffen. Nicht zu sagen, dass TNG nicht auch aktuell heute noch relevante Themen hat. Aber es ist eher in die Moderne übertragen. Genau, und ein großer Faktor ist ja natürlich, es ist eine Utopie. Und Star Trek war früher mal eine Utopie, die idealisierte Version einer Welt in Zukunft. Und etwas, eine positive Grundstimmung zu haben, die erforscht wird. Das Beste in den Menschen, das Beste in den Lebewesen zu sehen, die diese Welt bevölkern. Und ein positives Zuladenleben zu haben, etwas erforschen, etwas, wie gesagt, positiv, eine positive Grundstimmung zu wählen. Und ich muss es immer wieder vergleichen mit Discovery, weil es einfach in dieselbe Richtung schlägt, dass man hier versucht, eine Welt aufzubauen. Und Discovery versucht, eine Welt aufzubauen. Und Discovery ist eigentlich Star Trek. Und Star Trek ist eine ideale Sicht auf die Zukunft, auch aus dem Basiskonzept, was es früher mal war. Das ist Discovery ganz klar nicht. In allen Phasern, die es hat, ist Discovery irgendwie deprimierend. Und alle versuchen nur aus ihrer Depri-Phase herauszukommen. Und irgendwie klappt das nicht. Und sie reiten sich immer noch tiefer herein, auch wenn es am Ende ein Happy End gibt. Und hier ist es so, wie in The Orville, gibt es diese Grundstimmung? Gibt es das, was TNG früher mal ausgemacht hat und Star Trek mal ausgemacht hat? Man spürt die Leidenschaft von den Leuten, die dahinter ist. Und man spürt einfach die Sichtweise auf die Welt, die dahinter ist. Auf jeden Fall. Also es fängt ja schon beim Licht an. Ich sehe mal wieder was. Ja. Ich sehe mal wieder was. Ich meine, das Set haut mich nicht um, sage ich dir ganz ehrlich. Das Brückendesign und auch diese Gamer Chairs als Stühle in dem Shuttle und die Kantine und so weiter. Das haut mich alles nicht um. Und die Quartiere sehen wirklich eins zu eins aus wie von TNG und so weiter. Mit diesen völlig uninspirierten Weltraumbildern ohne Rahmen, die so an der Wand hängen. Das ist so unglaublich. Ja, vom Design merkt man her, das sind nicht unbedingt Sci-Fi erfahrene Leute, die dahinter sitzen. Auch die Tricks der ersten Staffel sind teilweise extrem cheesy. Also vor allem die Shuttle-Flüge. Die Shuttle-Flüge sind echt, puh, teilweise Asylum-Niveau. Und auch das Raumschiff-Design finde ich eher, ja, macht mich kein einziges Schiff irgendwie an. Uniform, all das passt für mich irgendwie halt in einen großen Fan-Film rein. Aber, 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 aber. Und auch die Musik. Darum geht es ja auch nicht. Genau. Darum geht es, also beziehungsweise all das tritt in den Hintergrund, weil mir diese Charakter einfach gefallen. Ja, das sind ein bisschen Abziehbilder einer typischen TNG-Crew. Ja, das stimmt. Aber die funktionieren wenigstens so, wie sie als eine Brücken-Crew funktionieren sollen. Und es zeigt mir einfach wieder, dass so eine Raumschiff-Serie um einen Käpt'n rum funktionieren muss. Und nicht um irgendein Crewmitglied, das dann de facto Käpt'n-Aufgaben übernimmt, weil es ja im Mittelpunkt stehen muss. Es funktioniert irgendwie so rum, dass der Käpt'n auch noch seine Probleme hat. Und das für viele Dinge für mich noch nicht so funktionieren. So der Humor ist sehr aufgesetzt und teilweise immer so Story-Gag, Story-Gag, Story-Gag. Und auch teilweise an völlig unpassenden Stellen kommt plötzlich dieser Glory-Hole-Gag oder fällt ein abgetrenntes Bein von der Decke und so. Ja, okay. Aber es gibt durchaus Momente, wo ich echt gelacht habe, wo es wirklich lustig war. Und es ist natürlich auch was, was ich erwarte. Ganz schlimm war halt, als Discovery versucht hat, lustig zu werden. Das war halt ganz, ganz schlimm. Ich habe letztens auf Twitter ein Meme gepostet. Es gibt ein Meme hier von Tilly, that's the power of math people. Das ist the power of math people. Und du siehst so diesen Stamets, wie er sie so anguckt, in dieser Gift-Dauerschleife. Und je länger ich da drauf starte, umso mehr weh tat das. Da habe ich mich wieder an diesen Satz erinnert, der mir beim ersten Gucken schon so vorkam. Wo ich mir dachte so, ja, das wäre so, wenn der Klassendepp einen Witz reißt und es total lustig findet, den rausbrüllt und keiner lacht. Ja, so ist so dieser Spruch, ja, das ist the power of math, so der Streber der Klasse lässt so einen Spruch raus. Und eigentlich so, hä, bist du für einer? Und natürlich gab es auch jetzt beide Orwell-Gags, die nicht funktioniert haben. Aber ich habe es gerade eingangs schon gesagt. Ich weiß immer, wie die heißen. Der eine heißt Lamar und der andere heißt, scheiße, Mary oder so, ja. Die ganzen Namen sind ja auch Gags, die da auch reinpassen. Ach, ich meine, ein Isaac, natürlich von Isaac Newton, klar. Aber Bortus, also wenn man jetzt die englische Übersetzung nimmt, total langweilig, gelangweilt so ungefähr. Das passt ja auch dazu. Und Mercer von, ja, okay, Mercer vielleicht nicht so, aber vielleicht, dass er zusammenführt in der Richtung. Also ich, das hat sich schon, also die Namen passen definitiv auf die Rollen. Es sind nicht nur irgendwelche Namen, es sind auch schon Namen, die den Rollen entsprechen. Ja, von mir aus, also da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber bestimmt zumindest bei den Bortus könnte das wirklich irgendwie so sein. Aber auch sogar so ein Charakter wie dieser Japheth, ja, dieses Gelwesen. Japheth. Ja, oder Japheth, genau. Dieses Gelwesen hat, nachdem ich die ersten zweimal dachte so, okay, was, auf einmal ist der so drin. Und dann hast du noch so zwei, drei andere Skurrile, gerade in der zweiten Staffel kommen da nochmal so, ich glaube, wir reden bei der nächsten Folge drüber, nochmal so, so die ein oder anderen Wesen. Aber es ist wirklich, es passt einfach irgendwie, man weiß, man ist halt einfach drin. Und auch wenn, wie gesagt, die Storys an sich und diese Krill als Bösewichter erstmal komplett flach und ultragenerisch sind, für mich sind das auch ehrlich gesagt gar nicht mal die Klingonen, das sind eher so Jem'Hadar, hier die Rasse vom Bratus, das sind für mich eher die Klingonen, die mit der Föderation verbündeten Klingonen irgendwie so. Ja, stimmt, das ist alles so eine kleine Mischung, ich hatte jetzt bei den Krill eher daran gedacht, weil die ja so eine Kriegerrasse sind, aber ja, die Jem'Hadar passen durchaus vom Make-Up auch viel besser da rein. So vom Make-Up und das ist auch so 0815 Evil Alien Make-Up, ist alles ein bisschen, wie gesagt, das können die noch nicht so, aber die ersten drei Staffeln TNG hatten die auch diese unsäglichen Strampelanzüge, bevor sie an den Uniform ein bisschen was gedreht haben. Und dann ist das auch in eine Richtung gegangen, wo das ging, also von daher, ich gebe da die Hoffnung noch nicht auf und ich bin da wirklich guter Dinge und was mich halt das Ganze vergessen lässt, ist, weil die Geschichten, die erzählt werden, so sehr sie auch viel been there, done that sind, trotzdem irgendwie nochmal so einen Twist haben. Ja, so einen kleinen Twist, der halt doch mal irgendwie neu ist. Und da gibt es natürlich so ein paar Highlights Episoden, die da rausstechen, zum einen die, die mit der Black Mirror Folge verglichen wird, diese Majority, ich glaube Report heißt die, ne? Die Folge, wo sie auch alle diese Social-Media-Buttons haben, ähnlich wie in der Black Mirror Folge. Ja, gut. Wenn ich mich dann nämlich zurückerinnere, bei Stargate SG-1 war das am Anfang nämlich auch so, da hast du erstmal deinen Griechenplaneten und deinen Römerplaneten und deinen Mittelalterplaneten und deinen, keine Ahnung was, Planeten so abgehandelt, was an Sets noch so rumstand und nachdem das alles durch war und man wusste, man wird jetzt in ein paar Staffeln verlängert, dann hat man mal angefangen, Geschichten zu erzählen. So ähnlich kommt es mir vor. Genau. Und ich, ja, du hast vollkommen recht, es gibt ein paar Highlights in dieser Staffel, vor allen Dingen auch das Finale, wo die auf dieser Erde landen oder auf diesem Planeten landen, der jede elf Tage, 700 Jahre weiterspringt. Und das fand ich eine ziemlich coole Idee. Irgendwie kam mir die bekannt vor. Die gibt es bei Deep Space Nine. Es gibt es bei Deep Space Nine gibt es eine Folge, ich habe, die ist so ähnlich. Da kommt die DS9-Crew irgendwie auf einen Planeten, ich kriege es nur noch so ungefähr zusammen, die kommen auf irgendeinem Planeten und ich glaube, Chazia verliebt sich da in einen. Ja, stimmt. Dass die nie wieder vorkam, dass die nie wieder irgendwie weiter verfolgt wurde, haben sie es hier mal ein bisschen gemacht und dann war der Twist am Ende halt doch anders, dass halt eben dann der Himmel dann da aufgeht und so weiter. Also von daher, ja. Und das Wichtige hier ist ja, also letztendlich, es gibt ein paar nette Konzepte da und gerade in der ersten Staffel fühlen die sich noch sehr generisch an, aber das Wichtige sind ja auch hier wieder die Charaktere. Und das ist so schön an der Serie, dass die sich Zeit für die Charaktere nimmt und in jeder Folge so klassisch TNG-mäßig sich auf ein, zwei Hauptcharaktere konzentriert, die dann ausgearbeitet werden. Also es gibt keinen generischeren Plot als den, wo die mit Isaac auf dem Planeten stranden und dann erstmal wieder darunter kommen müssen und dann die, dass die, dass der, die Doktor gefangen genommen wird und so. Also das ist halt immer alles schon tausendmal in irgendeiner Form gesehen, aber trotzdem die Verbindung, die von Isaac zwischen den Kindern da hergestellt wird, in dieser Folge, das bringt Charakterentwicklungen, die andere Serien, wo die mittlerweile irgendwie sich ganz viele Story-Arcs und mindestens zehn Folgen für nehmen. Und hier wird direkt ein Bund geformt, der auch nochmal später wieder wichtig wird und aufgenommen wird. Ja, und das brauche ich ja auch. Ich brauche, deswegen werfe ich das dieser ersten Staffel nicht vor. Ich hätte auch, wie gesagt, einer Star Trek Serie vielleicht ein bisschen mehr vorgeworfen, weil ich gesagt hätte, okay, Freunde, ihr könnt das, ihr braucht nicht so viel Worldbuilding machen. Ja, ihr könnt eigentlich schneller andere Geschichten erzählen, aber du brauchst das einfach, du musst doch bei einem, so eine Sci-Fi-Serie ist doch eine Ensemble-Serie, da gibt es eine Crew und ich muss jedem mit, in jedem in der Crew doch irgendwie was verbinden. Was macht der, was kann der, was kann er nicht, wie ist der drauf, ist der nett, ist der freundlich, ist der gelangweilt, ich muss doch mit jedem irgendwie was verbinden, mit wem steht er, in welcher Beziehung etc. So habe ich zum Beispiel die Situation, dass ich an einer Stelle, ich sage jetzt nicht wohin, das reden wir gleich, wenn ich die zweite Staffel dann richtig zu Ende geguckt habe, aber in der zweiten Staffel schon in der dritten, vierten Folge eine Situation kam, wo es ein Charakter eine, ich sage mal, eine Wendung nimmt, die ich wirklich mitfühlen konnte, weil mir dieser Charakter nach zwölf Folgen schon ans Herz gewachsen ist. Bei Discovery muss ich mit Aerie mitfühlen, ein Charakter, der durchaus interessant ist, den ich aber gerade mal eine halbe Stunde vorher länger als fünf Sekunden im Bild gesehen habe. Und das funktioniert halt nicht und das ist eigentlich der große Kritikpunkt, den ich Discovery mache, ist, dass es doch eigentlich so die Grundregeln eines Storytellings halt einfach nicht beherrscht, nicht kann und man glaubt, indem man schwergewichtige Worte, und bei PK geht es gerade schon wieder so weiter, Faith, you lost your faith, ja, man haut so Worte raus und dann glauben 90 Prozent der Leute da draußen, oh, das ist jetzt bedeutungsschwanger, weil der hat jetzt Faith und Faith gesagt und Destiny und so, ja, das sind, muss man halt drauf achten, auch bei Star Wars, bei Star Wars genau der gleiche Scheiß, Destiny, Faith und dann werden dann solche bedeutungsschwangeren Worte reingeworfen, ohne dass da irgendetwas dahinter ist und deswegen muss ich, das ist das, was ich glaube ich vermisse und ich habe mir halt mehr als einmal ertappt, als ich das gekriegt habe, geguckt habe, mir gedacht habe, lass doch mal den McFarlane an Star Trek und Star Wars ran, schlimmer kann es ja auch nicht mehr werden, soll er doch mal, wenn das sein Bewerbungsvideo ist, dann hat er den Job, wenn es nach mir ginge. Und ich meine, das Interessante hier ist ja auch noch wieder, dass die Leute, die hinter The Orville stehen, teilweise auch gestandene Star Trek Veteranen sind. Schön, dass du es erwähnst, ja. Ja, also letztendlich, schau mal nicht an, einer der vielen Regisseure, die da waren, ist Brennan Braga. Ja, da habe ich auch mehr als, ich wusste das gar nicht, das war mir überhaupt nicht bewusst, plötzlich sehe ich den als Regisseur und ich glaube Executive Producer ist er auch oder sowas oder ein Producer. Genau, Ultra Star Trek, vor allem in der zweiten Staffel kommt auch noch Jonathan Frakes dazu, der auch ein paar Folgenden, mindestens zwei Folgen glaube ich, ein oder zwei Folgen Regie führt. Wir haben alte Star Trek Veteranen sogar im Cast drin. Da ist mir jetzt in der ersten Staffel noch keiner aufgefallen, in der zweiten ja, aber reden wir in der anderen Folge drüber, aber wir haben auch schöne Gaststars in der ersten Staffel, nämlich Charlize Farrell. Ja. Rob Lowe, das fand ich sehr lustig, ja, der dann auch noch so den Loverboy spielt, ja. Dir ist in der ersten Staffel keiner aufgefallen von den Star Trek Veteranen? Also doch, doch, aber den Namen weiß ich nicht, einer von den Wissenschaftlern in der ersten, zweiten Folge war auf jeden Fall in der Star Trek Folge drin, aber da weiß ich nicht, wie der heißt, auch nicht, welche Folge der war. Aber das Gesicht kannte ich, ähm, ansonsten habe ich es jetzt gerade vergessen. Hilf mir auf die Sprünge, wer war denn da noch drin? Also in der zweiten Staffel sind wir vielleicht drin. Cassidy Yates? Ach so, ja gut, okay, okay, Cassidy Yates, Dr. Claire Finn. Ja, ja, okay, Cassidy Yates, die gehört für mich zu, ich rede jetzt von den Gaststars. Wir haben eine alte Star Trek Darstellerin mit dabei, die jetzt in der Serie integriert wurde und das ist ja allein schon fantastisch, dass die diesen Kuh gelandet haben. Ähm, einen Star Trek Darsteller in The Orville als Stamm, äh, als Stammschauspieler mit reinzubringen. Ja, Penny, hau mich tot, Cassidy Yates aus Deep Space Nine, Cassidy geht immer. Und ich habe mir gedacht so, Penny Johnson-Gerald. Penny Johnson-Gerald, genau, und ich habe mir gedacht so, die ist gar nicht älter geworden. Die hat sich gut gehalten, ja, not bad, ja. Ja, das stimmt. Gerade jetzt im Vergleich zu, als wir noch What We Left Behind jetzt geguckt haben, ne, wo man die, die alle so wieder sieht. Die hat sich gut gehalten, ja. Und, ähm, wo wir dann von ihren Kindern reden, bisher, toi, 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 Kipfingers Cross, sind die Kinder A, nur marginal und B, nicht nervig. Ja. Ich kann nicht spoilern für die zweite Staffel. Die zweite Staffel besprechen wir in der nächsten Folge. Von daher, die werden nochmal wichtig. Das Ganze, und das Schöne ist, also ohne, die erste Staffel baut die Basis auf. Wir haben die Einführung von Charakteren, wir haben einzelne Folgen für die Charaktere, wir wissen jetzt, was in der Welt abgeht, wir wissen jetzt, wie die Welt aufgebaut ist, wir wissen, welche ungefähr die Bösewichte sind. Und die machen genau das, was eine Serie machen sollte. Die spielen genau mit diesen Elementen in der zweiten Staffel rum und brechen ihre ganzen Regeln. Und dadurch führt sie Orville, dann sperrt er richtig gut. Weil, was hat denn damals Star Trek, zum Beispiel DS9, so gut gemacht? Die haben über zwei, drei Staffeln etabliert, was da abgeht und wer da los ist. Und dann kommt der Dominion-Krieg und wirft alles über den Haufen. Auch bei anderen Serien, ich meine, allein Stargate kann ich jetzt als großer Stargate-Fan da mit reinbringen, haben wir auch etabliert. Und dann kommt plötzlich sowas wie die Tokra dazu. Und irgendwann sind die Guarhold komplett weg. Und das macht diese Serie jetzt schon in der zweiten Staffel, was super ist, was mir richtig gut gefällt. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich glaube, diese Serie wird nicht gut altern. Weil viele der Gags einfach Zeitgeist-Gags sind, die jetzt funktionieren. Aber ich glaube, schon in 10, 15 Jahren werden die nicht so gut funktionieren. Ja, das ist wieder dieser Aspekt vom Humor. Und da muss ich sagen, also das war ja, hattest du ja auch die Skepsis. Und dann habe ich die Skepsis gehabt, weil ich mag eigentlich diesen Seth MacFarlane-Humor nicht. Ich komme nicht mit klar. Ich war auch nie wirklich ein Family-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war meine Hoffnung, dass das gering bleibt. Ja, in den ersten Folgen versuchen sie noch ein bisschen mehr Humor reinzubringen, was ja auch okay ist. Aber dann stellt sich zum Glück ganz schnell heraus, dass der Humor hier mehr in den Hintergrund tritt. Der ist eher so ein Element, dass die miteinander persönlich werden und ein bisschen persönliche Scherze haben. Was ja völlig okay ist, wie in so einem Büro, in dem man miteinander arbeitet. Aber es wird zu eher einer Dramedy und noch mehr Dramaserie. Und ich glaube, der Humor wurde am Anfang auch wirklich damit reingenommen, um das Ganze zu verkaufen. Um an die Zuschauer von Fox zu verkaufen. Ja, und an die Produzenten von Fox, die das Geld geben. Weil das sind wirklich, was halt, wie du sagst, so dieser Büro-Humor, der funktioniert für mich auch. Was aber halt gar nicht funktioniert, ist so Meta-Jokes. Als die Krill dann zum allerersten Mal zu sehen sind und dieser Krill-Captain halt eben nicht genau in der Mitte vom Viewscreen ist, sondern so links versetzt. Und der Mercer dann das Gespräch ist und habe ich so, entschuldigen, können Sie mal ein bisschen nach links? Ja, 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 so. Ja, das sind so teilweise so, wie sagt man im Englischen, so Schuhhorn, so zwangshaft reingeknallte Dinger, die dann irgendwie drin sind, dass man echt so nicht weiß, ist das jetzt C&G mit Gags oder ist das jetzt eine Sitcom in Space oder was will es denn jetzt sein? Aber man merkt schon, es wird ein bisschen weniger und da hast du vollkommen recht. Dieser Büro, ich spiele dem anderen einen Streich, was ja ab und zu mal vorkommt. Oder der eine hat so seine Schrullen, dass er seine Schuhe auszieht oder keine Ahnung was. Was ist auch so ein bisschen wie Stromberg oder du hast gerade vor Gespräch gesagt zu The Office. Das ist, das funktioniert, weil es dem Ganzen so ein bisschen eine Leichtigkeit gibt und was ich auch sehr froh bin, dass sie dieses Will Day, Won't Day mit Mercer und Kelly relativ, zumindest bisher, ich bin ja mit der zweiten nicht durch, aber auch in der ersten Staffel so relativ schnell so, ja, okay, da ist halt eine gewisse Dynamik zwischen den beiden, aber wir spinnen jetzt nicht drei Staffeln, fünf Staffeln so, ne, werden so oder werden sie doch nicht wieder ein Paar, ja, zumindest nicht primär. Da kann ich jetzt gerade nicht spoilern, aber dadurch, dass ich was gesagt habe, habe ich sie schon wieder gespoilert. Gut, von mir aus und aber wo wir gerade bei Beziehungen sind, was mir auch sehr angenehm aufgefallen ist, ist, dass sie diese, ich vergesse mal, von welchen Planeten die sind, aber vom Bratushal, vom Bratis, dass der halt der ganze Planet nur aus Männern besteht, die Moklins, genau, nur aus Männern besteht und man so, ich sag mal, auf eine nette, charmante, unauffällige Weise hat man auch sein homosexuelles Pärchen. Ja. Aber ich mach da halt keinen Big Deal draus und geh damit nicht ewig hausier und sage, guck, oh, wir haben ein homosexuelles Pärchen. Ne, die sind einfach da. Ist das in der ersten Staffel schon mit dem Kind gewesen? Ja, in der ersten Staffel ist das mit dem Kind. Das war die zweite Folge, von der ich ein bisschen, also sagen wir es mal so, die Folge hat mich so zwiegespalten zurückgelassen. Geht also in der Folge darum, dass ein, alle einmillionsten Kind wird bei denen kein männliches Kind geboren, sondern ein weibliches Kind, was dann in der Regel ganz schnell umoperiert wird. Und dann entbrennt halt die Fragestellung, ob sie das jetzt machen sollen oder dem Kind ein, halt ein Normal, weil es hat keine Krankheit, es ist einfach nur Brauchtum, Tradition. Und der Bratis, der will nicht. Und sein Partner, der Claydon, glaube ich, heißt der, Willis. Claydon, genau. Claydon, Willis. Und das fand ich eine super interessante Fragestellung, was mich enttäuscht hat, dass es am Ende in so eine Wem gehört Data Gerichtsfolge gemündet ist. Das fand ich irgendwie so ein bisschen so, hm. Und dann war ich auch schon wieder bei so, ach komm, so eine Gerichtsfolge, das hatten wir doch jetzt auch schon mal. Aber okay. Und der Ausgang, den ich jetzt hier jetzt nicht spoilere, weil wir haben natürlich ein bisschen gespoilert heute in dem Cast, aber jetzt auch nicht jede Folge im Detail. Der war dann auch wieder halt, also, es gibt viele Fragen, die angestoßen werden, die keine Lösung haben. Und das mag ich. Das muss nicht immer alles in Lösung haben. Auch hierzu wieder, das ist eigentlich eine wunderbare Folge, um, wenn man in die nächste Staffel zu startet, eine Basis, das alles. Du glaubst nicht, wie viel davon, was du jetzt gesehen hast in der ersten Staffel, als Basis für die zweite gilt, um das zu vertiefen. Und das ist ja auch so großartig. Es werden Themen nicht einfach fallen gelassen. Da kommt jetzt dann wieder eher der serielle Charakter mit rein, der in der zweiten Staffel deutlich mehr ist, als in der ersten. Das wird so langsam reingebracht. Und das hat mich so an Deep Space Nine erinnert, weil man ja am Anfang auch sehr viel eher nur der Issue of the Week so ungefähr hatte. Also der Besucher der Woche, was jetzt, oder der Planet der Woche mit dem Wurmloch, was in der zweiten Staffel auch schon wieder mehr aufgelöst wird. Wie gesagt, die erste Staffel ist in dem Sinne gut, dass sie eine Basis schafft und zeigt, worum es in dieser Welt geht und dass man sympathische Charaktere hat. Und ich meine auch wirklich sympathische Charaktere, mit denen man auch einen saufen gehen würde, was die ja auch hier machen im Gegensatz zu der Star Trek Welt. Ja, es menschelt definitiv mehr unter der kompletten Crew. Ja. Das macht natürlich den Mercer irgendwo, der muss auch noch seine Käpt'n Rolle finden oder Seth MacFarlane muss sie noch finden. Ich glaube, er muss sie, die schwankt in der ersten Staffel noch sehr zwischen, ja, Käpt'n und Volltrottel, ja. Und zwar innerhalb von einer Szene teilweise. Man denkt so, echt jetzt, ja. Und wie gesagt, was mir so ein bisschen auf den Keks geht, ist so, hm, das ist so ein Ding mit so Star Trek Serien oder halt mit der jetzt halt auch, dass halt die Käpt'ns irgendwie immer so ein Faible fürs 20. Jahrhundert haben. Als ob die keine neuen Filme mehr machen würden, als ob die keine neue Musik mehr hören würden und so. Ja. Aber du weißt, warum das ist. Ist das eine Hommage an Picard und seine Vorlieben? Ja, einerseits nur ein Hommage, aber andererseits, weil viele davon einfacher ist, an die Rechte davon ranzukommen, um sie auch zu zeigen. Okay, gut, ja. Okay, ja, gut, aus dieser pragmatischen Sicht. Aber ich muss ja keinen Kermit zeigen, wenn ich ihn auf den Schreibtisch setze. Also den muss ich ja gar nicht erst reinbringen. Das meine ich halt. Sagen wir mal so, Ed Mercer als Kapitän. Also für mich war das Schlechteste an der Serie am Anfang Seth MacFarlane. Ja, ganz genau. Ich brauchte seinen Humor nicht. Ja, ganz genau. Ich fand ihn als Hauptdarsteller eigentlich überhaupt nicht passend, weil ich ihn, auch wenn er ein guter Synchronisator ist, als Schauspieler über eigentlich gar nicht sympathisch finde. Der ist mir ein bisschen zugeleckt und zugewollt. Ändert sich aber auch so ein bisschen in der nächsten Staffel, weil nicht mehr so der Fokus auf ihm dann drauf ist. Aber hätte man ihn rausgenommen und hätte man vielleicht einen sympathischeren Käpt'n drauf gehabt, der auch wirklich Käpt'n-Erfahrung gehabt hätte, dann wäre es noch krasser Star-Jack gewesen. Aber gut, die Serie findet sich, vor allen Dingen in der ersten Staffel findet die sich oder versucht sich zu finden. Und dann in der zweiten Staffel geht es richtig ab, was das Gute ist. Gut. Ich glaub, wir haben, wir könnten noch über viele Dinge sprechen. Ich hab mir noch notiert, dass die Musik natürlich auch ein einziges Zitat ist. Ein einziges großes und zwar quer durch die komplette Star-Trek- und Sci-Fi-Welt. Also da gibt es eins zu eins Zitate von Aliens und Alien. Da gibt es eins zu eins wirklich Zitate, die aus den Star-Trek-Filmen sind und so weiter. Und natürlich auch das Timing der Musik der Serie, wenn irgendwie wieder der Break, der Commercial-Break dann kommt und so diese kurzen Musik-Jingles, die sind schon klassischstes Voyager-Theme. Ja, und auch das Intro ist ja, also wenn du Voyager heute machen würdest, wäre es genau das Intro. Ja, das stimmt. Gut, wie gesagt, mir gefällt's. Ich bin jetzt nicht blown away, definitiv nicht, weil ich mir halt so ein kleines Tränen im Auge habe und denke mir, ach, wäre das doch die neue Serie mit dem Star-Trek drauf. Ist es aber halt nicht, okay, sei es drum. Vielleicht ist es ja nur ein überlanges Bewerbungsvideo und irgendwann darf er dann mal ran. Vielleicht wird ja diese Upper Decks oder wie die Serie, die Star-Trek-Serie, die auch kommen soll, ja mehr in der Richtung werden. Ich glaube nicht, dass die Humor können. Lower Decks war das ja. Lower Decks, ja. Ich glaube nicht, dass die Humor können. Diese Schreiber bei Star-Trek-Discovery können keinen Humor, als sie es versucht haben. Wir erinnern uns an diese grausame Aufzugsszene mit dem Rotz. Das decken den Wandel des Podcaster-Schweigens drüber. Also, liebe Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann lauft in den Mediamarkt eures Vertrauens, denn leider bekommt man dieses Spektakel, die Orwell, nicht im Stream, außer man kauft es bei iTunes. Und ich glaube, das war es auch schon. Oder man muss sich die DVD kaufen. Ja, Moment. Und interessanterweise, es gibt nur eine DVD. Da war ich ja echt baff. Da war ich ja echt baff. Ich gestehe, ich habe mir echt gedacht so, okay, bist du so knapp bei Kasse, dass du mir nicht mal die Blu-ray schenken kannst. Und dann habe ich kurz geguckt und habe gemerkt, es gibt gar keine Blu-ray, auch nicht in den USA. Es gibt keine Blu-ray. Die Orwell ist nicht auf Blu-ray erschienen, die erste Staffel. Genau, genau. Ja, also das mit dem Streamen, hast du vollkommen recht, das liegt leider daran, dass sich ProSieben die Rechte daran gesichert hat. Und die dann irgendwie, die nur teilweise auf Maxtoom oder auf ProSieben zeigen. Aber ich sehe es gerade, hier bei Magenta TV gibt es die erste Staffel in der Flatrate. Okay, also wer Entertain hat, der kann da auf jeden Fall reingucken. Ansonsten kann man sich auf jeden Fall, man macht definitiv keinen Fehlkauf, wenn man sich diese erste Box kauft und das mal probiert. Absolut kein Fehlkauf. Macht sich ganz gut im Regal, auch wenn es noch eine DVD-Box ist. Es ist komisch, dass da echt keine Blu-ray rauskommt. Haben die sich das nicht geleistet, die Lizenzgebühren für eine Blu-ray zu kaufen. Wobei ich sagen muss, dass nur vier Folgen, drei Folgen auf jeder Disc sind und deswegen die Bildqualität auch okay ist. Es ist Deutsch 5.1 drauf, es ist Englisch 5.1 drauf, ist keine Mega-Abmischung, aber die Bildqualität ist absolut in Ordnung. Ich gucke dort auf dem 65 Zoll 4K, ist in Ordnung, kann man gucken. Ja, wer AD haben will, der muss es leider im Stream kaufen. Ansonsten gucke ich jetzt gerade, wie gesagt, die zweite Staffel in der ProSieben-Mediathek, weil das ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade am einfachsten. Aber das wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis ich da durch bin, weil das kommt natürlich jetzt jede Woche. Gut, ich hoffe, das reicht euch als Meinung von uns zur ersten Staffel. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wie gesagt, schaltet ein. Wenn ihr die Orwell schon gesehen habt, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie euch die erste Staffel, die Orwell, gefallen hat. In ein paar Wochen folgt dann die Folge zur zweiten Staffel. Und mal gucken, wenn dann die dritte losgeht, vielleicht machen wir dann ja was regelmäßiges draus. Schauen wir mal. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, Däumlein nach oben. Eine Bewertung bei iTunes freut unsere Show immer und hilft uns auch, noch mehr Menschen vom Nerdizismus zu begeistern. Und wenn ihr einen Kommentar habt, dann in die Kommentarfunktion oder an info.nerdizismus.de. Michael, dir sage ich schon mal Tschüss. Tschüss. Und bis die Tage. Ciao. 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 Ciao.